Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Type Rating Kurs Aircraft Systems. Heute geht es wieder um eine Wissensüberprüfung. Wir hatten ja letzte Woche Flight Controls überprüft. Da waren es allerdings sehr viele Fragen, 70 an der Zahl. Da haben wir geguckt, haben wir das System jetzt wirklich verstanden, weil der Unterricht war ja auch sehr sehr lange, mit über 5,5 Stunden. Aber auch der Fuel Unterricht war über zwei Stunden und das wollen wir heute ebenfalls mal überprüfen, ob wir doch die ein oder andere Frage beantworten können. Das wäre ja schön, weil das gibt uns dann die Gewissheit, dass wir den Unterricht auch einigermaßen verstanden haben. Heute natürlich lange nicht so umfangreich, weil das Fuel Thema ist ja relativ einfach gewesen. Da werdet ihr mir vielleicht zustimmen und heute sind es nur 27 Fragen, aber auch die müssen wir erstmal bewerkstätigen und deswegen fangen wir jetzt an. Ja, lass uns doch einfach mal ein paar Fragen beantworten. Es ist ja auch nicht so wichtig, ob man jetzt jede Frage beantworten kann. Machen wir gemeinsam, gucken wir mal von dem Fuel System. Und ich sagte ja bereits, es gibt eben halt einige Fragen, wo man auch wirklich dann erstmal das dadurch erlernt. Und das haben wir nämlich gerade jetzt bei der Frage 1. Da geht es nämlich um die Frage, kann ich auch nur, wenn ich Batterien zur Verfügung habe und kein external Power, also vom Finger oder APU läuft oder so, ich bin also das Flugzeug nur unter Battery Power, kann ich dann tanken oder nicht? Ist das möglich? Weil die Ventile müssen sich eröffnen und so weiter. Ist das möglich? So, und da bin ich glaube ich gar nicht drauf eingegangen. Ihr seht also, man lernt sowas natürlich dann ebenfalls durch diesen Fragenkatalog. Und hier kann ich euch gleich die Antwort geben. Ja, es ist möglich. Also die Batterien reichen aus als einzelne Bezugsquelle, um den Tankvorgang durchführen zu können. Alle Fragen, die wir jetzt hier zu den Pumpen haben, wir müssen eins im Hinterkopf haben. Wir haben ja diese beiden Systeme kennengelernt und wir gehen jetzt immer davon aus, bei jeder Frage, deswegen habe ich die ausgesucht, dass wir über Center Tank Pump verfügen. Denn es ist ja so, die meisten Add-ons, die ihr habt, ob das nun der Tollys ist oder Flight Factor oder wie auch immer, die verfügen ja über diese Pumpen im Center Tank. Ihr wisst aber, dass das nach dem neuen System eigentlich gar nicht mehr der Fall ist. Da gibt es gar keine Pumpen mehr drin. Deswegen wird das ja rüber geschaufelt in den Inner Tank, wenn ihr euch noch daran erinnert. Hier bei den Fragen geht es aber darum, nein, wir haben noch diese Pumpen. Das muss man im Hinterkopf haben, nicht dass ihr jetzt alles durcheinander schmeißt. Also älteres Fuel System. Und die Frage ist, wenn wir jetzt eine Standardkonfiguration haben, sodass also die Lampen im Panel nicht leuchten. Wann leuchten sie nicht? Naja, wenn sie alle eingeschaltet sind, respektive auf Auto stehen. Der Mutzselektor in der Mitte der beiden Center Pumps. Das war ja der, den wir ausschalten müssten, um dann manuell diese Pumpen im Center Tank zu bedienen. Und der sollte ja normalerweise nicht leuchten. Dafür haben wir ja das System, dass uns das alles abnimmt. Also im Automodus. So, wenn das gewährleistet ist, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Center Tanks? Und da haben wir hier vier Antworten. Also die erste Antwort heißt, ja, dann würden die Center Tanks für zwei Minuten laufen, nachdem wir also beide Engines eingeschaltet haben. Und dann würden sie sich wieder ausschalten. Ist das richtig oder nicht? Dann die Center Tanks, also die Pumpen dafür, die würden gar nicht anfangen nach dem Take-Off, sofern wir die Slads nicht eingefahren haben. Also komplett das Flugzeug aufgeräumt haben. Oder wie sieht es aus, wenn wir jetzt den Center Tank leer geflogen haben? Komplett leer? Halten sie sich dann sofort aus oder laufen die eben halt hier, wie es hier steht, fünf Minuten noch nach? Wie ist das jetzt? Ja, oder treffen sogar alle drei Behauptungen zu? Also, ja, es ist wirklich so, nachdem wir also die Engines gestartet haben, laufen diese Center Pumps für zwei Minuten. Und danach schalten sie sich wieder aus. Und ja, es ist auch richtig, dass ja normal diese Center Tanks nur laufen im Fluge. Und zwar dann, wenn die Konfiguration oder die Rekonfiguration völlig abgeschlossen ist. Also, dass ich alle Klappen, Landeklappen, Slads, alle eingefahren habe. Erst dann fangen die Center Tanks an zu arbeiten. Ja, und auch die dritte Begründung ist richtig. Also, wenn das Ding leer ist, dann schalten die nicht sofort ab. Wir haben das auch im Unterricht gesehen. Da war in dem Center Tank ganz wenig noch drin. Ich glaube, 30, 40 Kilo oder was. Und dann haben wir manuell einfach die Pumpen nochmal eingeschaltet und haben gesehen, sie haben noch ein bisschen rausgezogen. Das haben wir aber bitte nur zu Trainingszwecken gemacht. Also, das macht man bitte nicht während des Fluges. Einfach aus Spaß. Nur weil man meint, man muss noch 10 oder 20 Kilo da rausziehen. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, weil man riskiert eventuell dann eine Überhitzung der Pumpen. Nun, nicht sofort. Klar, weil, ihr seht ja, es laufen erstmal für fünf Minuten noch weiter. Also, so schnell überhitzen sie jetzt nicht. Aber ist klar, wenn eine Pumpe natürlich nicht zu pumpen hat, dann wird sie heiß. Und das ist genau das Problem. Also, schön dem Autosystem das überlassen und nicht selbst da irgendwie Hand anlegen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber diese Behauptung stimmt auf jeden Fall. Sie arbeitet noch fünf Minuten nach, bevor sie sich dann ausschalten. Also, die Antwort D wäre hier jetzt die richtige. So, jetzt geht es hier um den Fuel Transfer. Da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Und wir haben ja eigentlich zwei Fuel Transfers, naja, ist nicht so richtig bezeichnet, eigentlich kennengelernt. In dem neuen System, da haben wir ja kennengelernt, da gibt es ja durch die Suction Pump eine, auch eine Art Transfer von dem Center Tank in den Inner Tank, weil der Center Tank gar nicht mehr über Pumpen verfügt. Also, muss der Treibstoff ja irgendwie da rausgepumpt werden. Und das wird er ja durch diese Suction Pumps, ne? Durch diese Jet Pumps sind es ja. Also, da haben wir, das ist zwar kein richtiger, naja, ist auch eine Art Transfer. Aber worauf die hier hinaus wollen, ist der eigentliche Fuel Transfer. Und der findet ja nur statt, egal ob bei dem älteren oder bei dem neuen System, von dem Outer Tank zum Inner Tank. So, nun haben wir aber gesagt, Moment mal, wir wollen doch aber den Outer Tank ganz spät erst leer machen. Durch dieses Banding und durch dieses Flattering an der Tragflügelspitze haben wir ja nicht umsonst da was reingepumpt. Das hat er ja schon in seine Bewandtnis. Also, sehr spät bitte erst diesen Fuel Transfer durchführen. Die Frage ist ja, und was bedeutet das? Wann wird das jetzt durchgeführt? Wann öffnen sich diese Transferwerfs? Und da kennen wir eigentlich die Zahl schon. Und zwar waren das 750 Kilo. Der Innertank muss erstmal auf 7, nicht um, sondern auf 750 Kilo gefallen sein. Und dann öffnen sich die Transferwerfs von dem Outer Tank zum Innertank. Und dann können wir diese, was waren das, 680 oder so Kilogramm ebenfalls noch verwenden. Aber nicht vorher. Genau. Und wir wissen auch, dass diese Transfer-Situation nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also, wenn diese Transferwerfs öffnen, dann sind sie offen und die werden erst beim nächsten Tankvorgang automatisch wieder geschlossen. Aber wir können das nicht von uns aus machen. Also, 750 Kilo, Antwort C wäre hier richtig. So, an diese Situation konnte ich mich noch erinnern. Und zwar, what indication will you see on the overhead panel? If the center tank has more than 250 Kilogramm of fuel and the left or right wing tank have less than 5000 Kilogramm. Genauso stand das auch drin in der Folie. Und da bin ich drauf eingegangen. Denn überlegt euch jetzt mal genau diese Konstellation. Wir haben in den Wing Tanks weniger als 5000 Kilogramm. Okay, fine. Aber wieso haben wir noch 250 Kilo denn im Center Tank? Wir haben noch gesagt, die Reihenfolge ist doch, jedenfalls dann werden wir über diese Pumpen verfügen, dass sobald die Slats eingefahren sind, einfach der Center Tank ausgeflogen wird. Wieso sind da denn noch 250 Kilo drin? Macht doch gar keinen Sinn. Naja, und die Antworten heißen eben halt, wo ist jetzt hier das Problem? Auto-Feed-Fault, Fuel-Imbalance, Mode-Select-Fault oder Fuel-Auto-Feed-Fault? Welches Problem tritt dort ein? Wann leuchtet irgendwie was? Also eine Fuel-Imbalance ist es nicht. Da kriegen wir eine Advisory mit dem ADV in dieser ICAM-Sache da. Das blinkt dann. Da kriegen wir eine Advisory. Aber was haben wir da noch für Möglichkeiten? Nun Auto-Feed-Fault und dann schreibt man einfach nur Fuel davor und dann soll es plötzlich richtig sein. Hm, sieht sehr verdächtig aus. Also wir wissen, dann ist irgendwas mit der Sequence nicht so ganz in Ordnung. Denn normal müssten die 250 Kilo, dürften ja gar nicht mehr drin sein. Also Mode-Select-Fault. Das ist hier die richtige Antwort, weil die Sequence nicht mehr stimmt. Manuell von uns oder automatisch beim nächsten Engine Start oder automatisch wenn wir letztendlich das Flugzeug wieder mit Elektrik versorgen. Wann können wir? Wir wüssten ja, wir haben ja dieses Fuel-Use, diese Indication. Rechte Seite, linke Seite, was haben wir da verbraucht? Und dann wird das in der Mitte dann ebenfalls nochmal als Addition dargestellt. So und jetzt sind wir gelandet und dann steht das da immer noch. Und die Frage ist ja, wie kann man das jetzt? Wird das resettet? Und wann wird das resettet? Und wie vor allen Dingen? Wird das von uns gesettet? Haben wir irgendwie mal in den Normal Procedure darüber gesprochen, dass wir ja noch unser ICAM für Fuel-Use resetten müssen? Nein, das haben wir nicht. Also wenn wir das hätten, dann hättet ihr das Boeing-Type-Rating besucht, denn da gibt es das. Dann muss man das manuell machen. Also manuell schon mal nicht. Die Frage ist jetzt, ist Antwort C vielleicht noch plausibel, wenn wir also die Elektrik hochfahren? Was würde das dann bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir im Turnaround auf jeden Fall das Flugzeug erstmal stromlos machen müssten und dann wieder mit Strom versorgen, damit dann diese Anzeige sich plötzlich resettet. Naja, haben wir im Turnaround irgendwann mal den Flieger stromlos gemacht, wo wir die APU laufen haben, wo wir Ground Power haben? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Naja, und so bleibt natürlich dann nur Antwort B. Genau, automatisch, wenn wir den nächsten Startvorgang durchführen, wird das Ding dann resettet. Also vom ersten Engine Start. Antwort B wäre hier korrekt. So, Frage 6. The fuel quantity indication on ICAM for the outer cell is boxed amber. Warum? Also wir haben ja diese Tanks angezeigt und plötzlich haben wir dort irgendwie beim Outer Tank eine Box und dann auch ein Amber drumrum. Was könnte das sein? One Transfer Valve fails to open when inner cell is at low level. Ja, was ist das? Was könnte das sein? One Transfer Valve fails to open. Both Transfer Valve fails to open. Naja, durch das Backup immer was wir haben. Also ist One Transfer Valve schon mal irgendwie nicht so ganz plausibel. Hört sich eigentlich eher nach C an. Aber wie sieht es mit der High Temperature aus? Kann das nicht sein, dass die Temperatur zu heiß ist? Nein, kann es natürlich nicht, denn wir haben unter dieser Anzeige, unter dieser Box oder unter diesem Fuel Tank, da haben wir ja die eigentlichen Temperaturen Anzeigen und die würden natürlich dementsprechend dann auch uns die Warning geben. Und wir würden auch im Falle der Fälle, wenn es zum Beispiel zu kalt wird, kriegen wir auch eine Advisory. Also hier ist die Antwort C die richtige und wir wissen ja auch, dass der Innertank, der muss ja erstmal diese 750 Kilo haben. Oh ja, öffnen diese Transfer Waves ja ohnehin nicht. Erst dann fangen die an zu laufen und wenn die beide dann sich verabschiedet haben, ja dann kriegen wir diese Box mit der Begründung, ja da kriegen wir nichts mehr raus. Ist kaputt letztendlich. Also wir kriegen den Treibstoff dann da nicht mehr raus. Natürlich wichtig zu wissen. Dann haben wir noch so eine Art Fehlermeldung. Wie sieht es denn aus, wenn wir bei den Fuel on Board Indication, wir wissen ja, wir haben diese die Information FOB, Fuel on Board, wie viel wir gerade jetzt noch an Treibstoff an Bord haben. So und das ist ja eigentlich eine relativ große Anzeige, aber was ist, wenn jetzt die letzten beiden Zahlen irgendwie durchgestrichen sind? Was passiert dann? Und dann noch in Ember. Meistens ist es ja immer Ember dann. Was hat das dann auf sich, wenn wir da so eine durchgestrichene Zahlen haben? Fuel Quantity is unreliable. The Center Tank Pumps are switched off. Das haben wir ausgeschaltet, die Center Pumps. Oder The Center Tank Pumps have failed. Die sind kaputt, die Center Tanks. Was meint ihr? Haben wir auch besprochen. Na ja, auch hier kann man schon logisch an diese Fragestellung rangehen. Also warum bezieht sich das hier nur auf Center Tanks? Also wenn da irgendwas durchgestrichen ist bei einer völlig normalen und allgemeinen Anzeige, nämlich wie viel Treibstoff habe ich an Bord, warum würde sich das jetzt nur auf Center Tank Pumps beziehen? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Mal abgesehen davon wissen wir, wenn wir die Dinge ausschalten, wie dann dieses Symbol auf unserer System Display Page dann aussieht. Also mit Center Tank alleine kommen wir da irgendwie nicht weiter. Und wir haben ja auch ganz klar gesagt, ja ja, wir müssen dann aufpassen, weil diese Anzeige, die hat Fehler. Das stimmt ja nicht mehr so ganz. Also Fuel Quantity is unreliable. Antwort A. The Fuel Crossfeed Valve is controlled by two motors. Ja, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir das im Unterricht besprochen haben, aber denkt mal nach. Ich meine, ihr habt jetzt so viel Unterricht schon bekommen und egal in welchem System wir da rumgewühlt haben, es gibt ja eigentlich nur eine 50-50 Chance. Haben wir einen Motor oder haben wir zwei Motoren? Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. So, was wäre logisch? Naja, wir haben ja bei jedem System immer irgendwie ein Backup System. Warum soll nun da gerade kein Backup System sein? Also, dass wir zwei Motoren haben, das ist doch schon eher wahrscheinlich, oder? Oder nicht? Ja, macht Sinn, ne? Also Antwort A wäre hier die richtige Antwort. So, jetzt haben wir nochmal die Frage 9, die aufbaut auf eine vorherige Frage, die wir schon beantwortet haben. Es geht hier nochmal um den Mode-Selektor, um diesen Push-Button, der sich in der Mitte der beiden Center-Tank-Pumps befindet, also diese Schalter. Und wenn die also, wenn das Ding jetzt aufleuchtet, dann ist hier die Frage, warum leuchtet das auf? Und die Frage haben wir eben eigentlich schon beantwortet. Fuel is being burned out of sequence. Crossfeed-Push-Button ist on. Da haben wir doch aber ein extra für Crossfeed, ne? Warum soll das da jetzt damit zu tun haben? Center-Tank-Pumps do not stop after Sled-Extension. Wir wissen, die müssten eigentlich stoppen dann, ne? Wenn wir die Dinger ausfahren, Flaps 1 würde schon reichen, da fahren ja nur die Sleds aus, dann würden die Center-Tanks aufhören zu arbeiten. Im Normalfall haben wir ja nicht umsonst den Center-Tank vollgefüllt. Also normal müsste der ja schon lange leer sein, denn wir haben ja Center-Tank plus Wing-Tanks und warum sollte jetzt letztendlich da noch Treibstoff drin sein. Es sei denn, wir haben natürlich jetzt ein technisches Problem und müssen wieder umkehren. Dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir da den Treibstoff noch nicht ausgeflogen haben. Aber in der Regel ist der Treibstoff natürlich im Center-Tank das Erste, was leer ist. Also, ja gut. Aber, wenn die nicht stoppen nach der Sled-Extension, ja, okay, Center-Tank-Pumps do not stop five minutes after Center-Tank-Level is reached. Ja, wir wissen, fünf Minuten nachdem der Center-Tank leer ist, schalten sich diese Pumpen erst aus. Dann würde es doch eigentlich eher Sinn machen, irgendwie eine andere, eine Advisory oder von mir aus eine Indication auf dem ICAM oder so, oder die Pumpen irgendwie, dann farblich zu markieren, was hat das mit dem Mode-Selector zu tun irgendwie, ne? Naja, ihr wisst es schon, es ist Antwort A, ne? Fuel is being burned out of sequence. Also, das war dieses Ding, wo wir noch die 250 Kilo drin hatten im Center-Tank. Und die anderen liefen schon, die anderen Pumpen und haben gefragt, wie kann das denn eigentlich sein, dass da noch Treibstoff drin ist? Und das ist letztendlich genau die gleiche Situation, dass also die Reihenfolge irgendwie einen Defekt hat. So, wir haben in grün festgestellt, es gibt auch irgendwie so eine Center-Tank-Feeding-Memo am ICAM. Das war die letzte Folie, die wir in dem Unterricht kennengelernt haben. Was bedeutet das, wenn das angezeigt wird? The Center-Tank-Fuel Pump Mode-Selector is off. Das war wieder der in der Mitte, ne? Wenn wir den ausschalten. Ich meine, was heißt das eigentlich? Center-Tank-Feeding. Das bedeutet, dass ja wohl irgendwie jetzt Treibstoff aus dem Center-Tank rausgenommen wird, oder? Hm. Na gut. Also, Center-Tank Mode-Selector is off. The Center-Tank-Pumps are off. Ja, wenn die aus sind. Und wir wissen ja, wir sprechen jetzt immer über das Flugzeug, was diese Center-Tank-Pumps hat. Ja, wie soll jetzt der Treibstoff zu den Triebwerken gelangen? Wir nehmen da Treibstoff raus, aber die Pumpen schalten wir aus. Und dann würden wir also in grün auch noch eine Information kriegen. Das macht ja nun gar keinen Sinn. At least one Center-Tank-Pump is energized. A reminder to switch the Center-Tank-Pumps off. A reminder. Ja, was für ein Reminder. Ich meine, wir wissen, dass das Ding nach fünf Minuten dann, wenn sie leer sind, automatisch sich ausschalten. Gut, wenn das jetzt ein Problem wäre, weil dann technischer Defekt herrscht. Ja gut, aber das ist ja eine positive Nachricht. Center-Tank-Feeding. Und das ist ja eher eigentlich eine Warning. Also das passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Naja, das Einzige, was wirklich Sinn macht, denke ich, habt ihr schon rausgefunden, ist natürlich die Antwort C. Warum? Weil wir nehmen da ja nun mal Treibstoff raus. Und wenn mindestens eine der Pumpen läuft, dann kriegen wir da diese Anzeige. Okay, also Antwort C. From which tanks will fuel gravity feed possible? Wo kriegen wir jetzt dieses gravity feed her, wenn die Pumpen ausgefallen sind? Und zwar denkt bitte an das alte System. Können wir aus dem Center-Tank Gravity Feeding machen, ja oder nein? Denn die Antworten heißen, also wir können es aus dem Außentank nehmen, wir können es aus dem Innertank nehmen und oder auch aus dem Center-Tank. Die andere, ja, Inner-Cell-Tank und Center-Tank. Outer-Cell, also wieder dieses Außengeladerte, was diese 680 Kilo da, dieses kleine Teil, daraus und aus den Inner-Cell-Tanks. Oder ist es doch nur aus dem Center-Tank möglich? Was ist eure Antwort dazu? Naja, wir haben im Unterricht doch ganz klar gesagt. Ein Fuel Gravity Feeding bei einem System, was Pumpen im Center-Tank hat, also das ältere System, ist definitiv nicht möglich. Das heißt also, wenn die Pumpen dort ausfallen im Center-Tank, dann können wir den Treibstoff nicht mehr verwenden. Das hat meistens zur Folge, dass ich dann ausweichen muss oder zwischenlanden muss, weil ich brauche ja irgendwie den Treibstoff. Sonst hätte ich das ja gar nicht getankt. Also das ist nicht möglich. Nur bei dem neuen System, wo keine Treibstoffpumpen im Center-Tank zu finden sind, außer diese Jet-Pump. Da hat man ja gesagt, na gut, wenn wir da sowieso schon alles neu machen, das System, dann bauen wir da auch irgendwie eine Möglichkeit an, dort Fuel Gravity Feeding möglich zu machen. Also da wir gesagt haben, das bezieht sich alle auf das ältere System, können wir schon mal alles durchstreichen, was mit Center-Tank zu tun hat. Center-Tank hier, Center-Tank da und Center-Tank alleine ohnehin nicht. Also das heißt, A, B und D können schon mal gar nicht richtig sein. Aber wir wissen, ja, natürlich können wir aus dem Innertank, da haben wir definitiv dieses Gravity Feeding. Und wenn ich natürlich dann das bis 750 Kilo runtergeflogen habe, dann öffnen sich ja auch die Transferwerfs und damit könnte man auch sagen, ja, Gravity Feeding ist für die Outer-Tanks auch zuständig oder ist möglich, weil es ja durch die Transferwerf umgeleitet wird. So ist das zu verstehen. Also Antwort C wäre hier richtig. Also das ist eine wichtige Sache. Es ist ein Unterschied, ob ich dann eventuell den Neo mit dem neuen System fliege, dann sage ich, na gut, sind ausgefallen, die, sag ich mal, dieses Transfer mit der Gent-Pump funktioniert nicht oder mit diesen Wing-Tank-Pumps, die funktionieren nicht. Dadurch kann ich den Treibstoff nicht mehr in die Wing-Tanks rüberfüllen, rüberleiten. Na gut, aber ich habe noch Gravity Gear, äh, Gravity Gear nicht, aber Gravity Extension oder Feed. Das geht. Na ja, gut, dann kann ich den Treibstoff noch verwenden. Ob man das denn so machen würde, ist die nächste Frage. Also wenn da irgendwas nicht geht, dann lande ich zwischen. Aber teilweise ist ja nicht möglich, wenn ich irgendwie über dem Teich bin, dann brauche ich das eventuell. Aber ist ja gut, das zu wissen, weil wenn ich nämlich die Pumpen im Center-Tank habe, dann geht es definitiv nicht. Dann kann ich den Treibstoff nicht, der ist verloren dann. Okay, was passiert? Center-Tank-Pumps do not stop. Fünf Minuten after Center-Tank low level is reached. Wissen, fünf Minuten läuft das noch nach. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist, was passiert dann? Ja, das kann man irgendwo sehen und zwar am Refueling Panel. Nein, es ist überhaupt nicht möglich, das zu sehen. Wo soll ich das rausfinden, dass die jetzt eben halt nicht gestoppt haben? Ja, man kann das, aber auf der e-cam-Fuel-Page. Was macht Sinn? Was macht Sinn? Naja, also wenn ich das jetzt nur auf dem Refueling Panel sehen würde. Aussteigen in der Luft kann ich ja wohl nicht. Also das wäre der größte Schwachsinn, dass man das da anzeigt und nirgendwo anders. Ja, es könnte natürlich sein, ich kann es gar nicht sehen. Aber auf der anderen Seite wisst ihr doch, Mensch, wir haben doch die Fuel-Page. Da können wir doch sehen, ob die noch laufen oder nicht laufen. Also da könnte man das sehen. Genau, deswegen haben wir diese System-Display-Page. Antwort C wäre hier richtig. So, during normal operations, when should the fuel transfer valves open? Also diese beiden Transfer valves für den Outer in den Innertank. Achso, hier haben wir schon die gleiche. In blau schon die Antwort. Also, when a low level is sensed in the center tank wäre Antwort A. When a low level is sensed in either outer wing tanks. Also diese outer tanks. Oder when low level is sensed in either inner wing tanks. Naja, wo haben wir den Fuel-Transfer? Vom outer zum inner. Also, when a low level is sensed in the center tank. Ja, hat ja nun überhaupt nichts damit zu tun. Also Antwort A ist schon mal sehr merkwürdig. Und dass wir das im Outer Tank jetzt erstmal uns anschauen, ist auch nicht richtig. Also Antwort C. When low level is sensed in either inner wing tanks. Denn die 750 Kilo, die müssen erstmal auf 750 Kilo runter geflogen werden. Und dann machen die beiden Ventile auf. What does an Amber Line... Achso, da haben wir die Frage nochmal. Okay, sorry bitte. Da habe ich glaube ich die Frage nochmal. Das waren wieder diese zwei Digits. The fuel quantity indication is inaccurate. Okay, wissen wir. Alles klar, können wir überspringen. So, jetzt geht es um das Fuel-System. Da haben wir allerdings auch einiges zu gesagt. Okay. The APU fuel system benutzt Direct Power, also Direct Current, Gleichstrom, um diese Pumpe zu puffern. Okay. Obtains fuel from either center tank pump. Also, APU bekommt den Fuel vom center tank. Obtains fuel from the left fuel manifold via the left side. fuel pump. Oder, falls notwendig, über die APU fuel pump. Die Frage ist also hier, haben wir eigentlich für die APU eine eigene Fuel-Pumpe, ja oder nein? Das hilft schon mal bei der Beantwortung der Frage. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich Schwierigkeiten. Die letzte Antwort. Obtains fuel from the left fuel manifold via the right side of fuel pumps. Hm. Wenn ihr euch das System nochmal angeguckt habt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen noch im Kopf, dieses Schematik. Da hing das irgendwie auf der linken Seite. Also, rechte Seite ist irgendwie merkwürdig. Rechte Seite ist falsch. Also, Antwort D können wir schon mal ausschließen. Dann könnte man sich überlegen, hängt das jetzt an DC oder an AC? Haben wir auch besprochen. APU verfügt über eine eigene Pumpe, die aber am Wechselstrom-Bass hängt. Hm. Also, Antwort A, DC, das ist schon mal falsch, ne? Ist das am Wechselstrom? Na, und hier wieder. Obtains fuel from either center tank pumps. Also, die Antwort C wäre hier richtig. Denn es ist so. Einmal, die APU hat eine eigene Pumpe. Sie kann im schlimmsten Fall damit versorgt werden. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben gesagt, ja, wir müssen ja, wenn wir jetzt gar keinen Strom zur Verfügung haben, sondern nur über die Batterie in der Lage sein, die APU auf jeden Fall starten zu können. Das ist sehr realitätsfremd, denn normalerweise ist ja Ground Power schon an oder so, ne? Also, dass wir jetzt nur über Batterie Power die APU starten, ist ja doch relativ gering. Aber es muss ja möglich sein. Da aber die Batterie nur ausschließlich über Gleichstrom verfügt, aber die Pumpe am Wechselstrom-Buss hängt, ja, wie funktioniert das? Naja, über diesen Static Inverter, ne? Also, die vom Gleichstrom es umwandeln in Wechselstrom. Naja, und dann habe ich ja wieder letztendlich meine Source für meinen Wechselstrom, wo diese Pumpe dranhängt. Ja, und dann kann ich eben halt die APU starten. Mal abgesehen davon, dass wir das auch noch für die Möglichkeit des eigentlichen Startvorganges ja ebenfalls benötigen. Also, es ist ja nicht nur die Fuelpumpe. Man muss das Ding ja auch irgendwie hochfahren, ne? Also, nur weil die Pumpe pumpt, pumpt sie ja. Aber deswegen geht ja die APU nicht an. Also, für den Starter brauchen wir natürlich ebenfalls auch irgendwie Strom, ne? Also, Antwort C wäre richtig. With Fuel in the Center Tank. The Center Tank Mode Selector Push Button selected in the Auto Position, wie es sein soll. And the Center Tank Pumps ebenfalls an. Also, im Prinzip Standardkonfiguration. Alle Lichter sind aus. Da ist nichts rauskriegt. Gar nichts. Was machen dann die Center Pumps? Laufen die oder laufen die nicht? Und wie? Und wie ist das? Also, will operate for a short period after the first engine start master switch is selected to on? Und, wenn die Slads eingefahren sind? Ist das richtig? Die Frage haben wir auf anderen Wege schon eigentlich beantwortet. Will operate for a short period of time. Wie short war das denn? Nachdem wir also den ersten engine start durchgeführt haben. Wie war das? Naja, zwei Minuten haben wir festgestellt, ne? Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Slads auf jeden Fall eingefahren sein müssten. They will continue to run until the Center Tank is empty or sleds are extended. Wenn ich die Dinge also ausfahre während des Fluges, dann hören die Center Tank Pumps aufzuarbeiten. Aber, naja, ist ja auch nicht so realitätsnah, denn das Ding haben wir ja eigentlich schon ausgeflogen. Aber ja, wenn ich die Dinge ausfahre, falls ich zum Beispiel einen Quick Return machen muss oder so, dann hören die Center Tank Pumps aufzuarbeiten. Also Antwort C wäre hier richtig. Und das mit den zwei Minuten, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Also, das ist soweit richtig. Ist das aber denn nur in der Luft? Na, werden wir nachher nochmal sehen. Vielleicht kommt da so eine Frage. The AC Powered Auxiliary Fuel Boost Pump for the APU. Also die APU Pumpe, ne? Fuel Pump. Wann arbeitet die, die operates immer, wenn die APU arbeitet und keine weitere Pumpe zur Verfügung steht? Okay. Und zwar hat das Ding also eine Alternative oder eigene Power Source. Und zwar vom Static Inverter. Was für Battery Only Starts? Ist das richtig? Ja. Also in anderen Worten, ja, wir haben jetzt wieder keine weitere Source zur Verfügung. Nur die Batterie. Können wir damit das Ding starten? Antwort ist natürlich ja. Haben wir in der ersten Frage schon kennengelernt und wir haben auch über den Static Inverter gerade eben gesprochen, der also von Batteriestrom Wechselstrom macht und da hängt die Pumpe nur mal dran und dann geht das eben halt. So, jetzt gehen wir wieder zurück eben zu der vorherigen Frage. After Engine Start. Center Tank Fuel Pumps run for, wie lange? Regardless of Sled Position. Naja, also noch einmal, wenn wir die Triebwerke gestartet haben, das erste Triebwerk oder so. Wie lange arbeiten die Center Tanks? Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten? Naja, zwei Minuten, haben wir ja gesagt. Zwei Minuten laufen die. Jetzt stellen wir aber hier fest, ja, es scheint ja völlig egal am Boden zu sein, ob jetzt die Sleds ausgefahren sind oder nicht. Und das stimmt auch. Das heißt, wir müssen jetzt hier unterscheiden. Die hängen zwar irgendwie auch an den Sleds, die Center Pumps, wenn die ausgefahren sind, ist Schluss, aber nicht am Boden. Am Boden geht dieser, diese zwei Minuten gehen immer nur in der Luft, da gehen sie dann nicht mehr. Wenn die ausgefahren sind, Klappe 1 oder so, dann hören die Center Tank Pumps auf. Das heißt, am Boden, wenn ich zum Beispiel High Temperature jetzt habe, wir haben ja auch gelernt, dass wir, wenn wir 30 Grad und mehr haben, dann sollen wir eigentlich nach dem Tankvorgang auf jeden Fall die Klappen auf die Position 1 setzen. Dann haben wir 1 plus F. Und warum macht man das? Naja, hatte ich auch erklärt, das macht man deswegen, weil sonst sich unter der Tragfläche natürlich durch diese ganzen Bleed-Leitungen, die da laufen, extreme Temperaturen entwickeln können. Und dann kann das zu einer Warning führen, nämlich Wing Leak. Also das ist dann eine Air Wing Leak. Und wenn die beim Takeoff passiert, wäre das blöd. Also deswegen sollte man bei solchen Temperaturen nach dem Tankvorgang auf jeden Fall auf Flaps 1 schon mal setzen, auch wenn man vielleicht noch auf die Passagiere wartet oder so, damit eben halt dieser Luftstau, der Temperaturstau unter der Tragfläche nicht da ist. Dann kann also die Luft entweichen. Darum geht das. So, und das wäre der Fall in dem Fall. Ja, wir schalten dann auf Flaps 1. Naja, und wenn wir dann die Triebwerke starten, dann wäre nach der vorherigen Idee ja, nee. Dann sind ja die Slads ausgefahren, dann würde das nicht funktionieren, diese zwei Minuten. Aber wir sehen, ja doch, es funktioniert. Am Boden funktioniert das. Also ihr seht, wir lernen auch hier wieder was dazu. So, ein paar noch und dann sind wir durch. The message outer tank fuel cross transfer, genau, outer tank fuel transfer appears in the memo, kennen wir, wo das ist am ICAM. What does that mean? It is a reminder to show that a transfer valve is open. Fuel is transferring from the center tank to the inner tank. Aber wieso? Es heißt ja auch outer tank. Wie kann man überhaupt nur aus Spaß schon so eine Antwort hier hinschreiben, ne? Outer tank. Und jetzt soll das also ein Transfer von center tank in inner tank sein. Hm, okay. It is a reminder to open the outer tank transfer valve. Also wir müssen automatisch, also manuell, wir müssen diese beiden Transfer valves automatisch öffnen. Also nicht automatisch, sondern manuell öffnen. Fuel is transferring from the inner tank to the outer tank. Nein, überlegt mal. Also gehen wir das mal durch. Also das finde ich vom center tank in den inner tank, das haben wir ja schon gesprochen. Wenn der outer tank steht, dann wird es ja auch irgendwas mit dem outer tank zu tun haben. Also Antwort B ist schon mal albern. Dann haben wir hier das reminder to open the outer tank, also by ourselves. Haben wir irgendwo im Panel mal so einen Knopf gesehen, dass wir die Transfer valves öffnen können. Ne, die haben wir nur bei den neuen Flugzeugen gesehen mit den Transfer valves. Selbst das stimmt, aber das ist nur was den center tank anbelangt, weil wir da keine Pumpen haben. Aber outer tank haben wir nie so einen Knopf gesehen. Also das ist auch albern. Und hier kann der Fuel transferiert werden vom inner tank in den outer tank. Es war doch immer umgekehrt vom outer tank in den inner tank. Da ist doch nicht so rum hier. Also Antwort D ist ja nun auch albern. Also it is a reminder to show that the transfer valve is open. Das gibt diese Meldung uns wieder. Das heißt diese 680 und ein paar zerquetschte, die träufeln jetzt Stück für Stück in den inner tank. Nachdem 750 Kilo dort erreicht worden waren und damit erhöht sich dann der inner tank wieder um diesen Betrag. Einigermaßen jedenfalls, weil es wird ja auch weiter Traubstoff verbraucht. The wing fuel transfer valves are manual controlled and open when the mode selector push button is selected to manual. are electrical held closed, open automatically at the start of refueling, automatically closed if a low level is sensed in either main wing tanks, they automatically close at the next fueling. Naja, gehen wir das mal durch. Also manual control, es geht um das transfer valve. Wo haben wir transfer valves? Ich erinnere nochmal. Zwischen outer und inner tank. Nirgendwo anders. Also manual control, da haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben keinen Knopf dafür. Die Frage ist ja, was ist, wenn ich den mode selector dann betätige, würde das dann das nach sich ziehen, dass diese transfer valves öffnen? Nein, natürlich nicht, weil der mode selector hat nur Auswertung auf die beiden inneren pumpen im center tank. Deswegen gibt es da so einen Knopf, den muss ich erst drücken und dann kann ich mich dann irgendwie auf den Weg machen und manuell diese mit den center tanks rumspielen. Aber vorher funktioniert das nicht, weil es vorher ist das im automodus. Also das hat mit dem autotank ohnehin nichts zu tun. Also einfach alles schon mal albern. Electricly held closed. Boah. Elektrisch werden sie geschlossen gehalten. Ja gut, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein rein theoretisch, wenn man das jetzt nicht genau weiß. Open automatically at the start of refueling. Nein, ganz im Gegenteil. Das heißt öffnen. Die Dinger werden erst mal wieder geschlossen. Es wird ja wieder resettet, denn die waren auf und sie werden erst wieder geschlossen, wenn man dann das Flugzeug wieder betankt. Also genau umgekehrt. Und die letzte Antwort. Automatically, das hört sich mal gut an. Close if a low level is sensed in either man wing tank. Nun, also hier schreiben sie low level. Das ist scheinbar das entscheidende Wort. Denn dann werden die automatisch wieder geschlossen. Kann sein. Also das sind jetzt nicht die 750 Kilo, weil da müssten sie ja gerade öffnen und nicht schließen. Also diese Beantwortung ist auch lächerlich. Wo es denn aber wirklich Sinn macht ist, they automatically close at the next fueling. Also das macht dann wieder Sinn. Also das erste kann ich euch jetzt nicht beantworten. Also was die da jetzt unter low level verstehen. Es müsste ja eigentlich sein, automatically open. If 750 Kilogramm ist eben halt im Main Tank gesehen. Okay. Und es wird wieder geschlossen beim nächsten Fuel-Vorgang. Okay. Das würde Sinn machen. Aber hier close if a low level is sensed. Also das verwirrt hier irgendwie. Da gehen wir mal ganz schnell weg von der Frage. Aber wir wissen Antwort D ist richtig. Schon alleine wegen der next fueling Sache hier. Blöder kann man die Frage ja auch nicht stellen. Oder die Antwort. Why do the center tank pumps stops automatically when sleds are extended for takeoff? Ja, das ist doch interessant, oder? Warum schließt das denn überhaupt? Warum gehen die aus? Wenn die sleds und die sind ja nun mal, weil wir ja immer ein Flaps 1 mindestens machen, dann sind die sleds nun mal ausgefahren. Also damit arbeiten die center tank pumps eben halt nicht. Die Frage ist warum. To keep the center tank of gravity as low as possible. Dumping takeoff, the center tank fuel pumps is pumped to the rear to trim aircraft. To ensure that the engines are fed from the wing tanks for takeoff. Heating segregation. During takeoff, the center tank fuel is gravity feed only. Haha. Okay. Na gut. Also. To keep the center tank of gravity as low as possible. The center tank is full. Oder fast voll vielleicht. Center of gravity as low as possible. Also verstehe ich nicht, was das soll. Macht überhaupt keinen Sinn. Dumping takeoff, the center tank fuel pumps is pumped to the rear to trim aircraft. Ja. Also das ist natürlich totaler Mist. Also ich habe ja nicht die Möglichkeit jetzt irgendwie da hin und her zu pumpen, wie im Schiff vielleicht oder so. Ähm. Oder beim U-Boot. Wir sind ja kein U-Boot, ne? Also da könnte ich es mir dann vorstellen. Aber das macht auch keinen Sinn. Und äh. Dass wir jetzt mit center gravity, also mit gravity fat only arbeiten und dann auch während des takeoffs. Das wäre wohl sehr waghalsig. Also es ist natürlich Antwort C. Warum? Man will natürlich zwei Sources haben. Wir haben den linken Tank. Wir haben den rechten Tank. Wir haben zwei Triebwerke. Ne? Selbst wenn eine Seite komplett ausfallen würde oder irgendwas, dann haben wir immer noch eine Engine, die braucht aber Treibstoff. Also das ist eine Redundanzsache beim Takeoff. Ne? Wenn jetzt irgendwie die Pumpen ausfallen und wir, dann haben wir gleich zwei Triebwerke verloren. Ne? Eventuell. Also das ist dann einfach aus Redundanzgründen schon sehr wichtig. Antwort C ist hier. Macht Sinn, ne? What precautions should observe when gravity feeding fuel? Wo muss ich drauf aufpassen? Operate the aircraft below 15.000 feet. Use center tank first. Open the cross feet when above flight level 250. Oder no precautions as necessary. Naja, also operate the aircraft below 15.000 feet. Ja, haben wir gesehen, ne? Ich glaube das war bei Jet B, ne? Da mussten wir sogar unter 10.000, glaube ich, sinken. Laut QH, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ähm, ja, aber das wäre bei diesem Treibstoff. Sonst eben halt, haben wir aber auch gesehen, dass wir irgendwie sinken müssen, ne? Use center tank first. Also use center tank first. Macht nun gar keinen Sinn, weil genau da haben wir ja gesagt, wenn wir die center tank pumpen haben, geht das gar nicht. Also, das ist albern. Open the cross feet, wenn above flight level 250. Oder, äh, ist alles egal, geht sowieso. Nein. Es ist die Antwort A. Wir müssen also unter 15.000 Fuß sinken. Das kann sein, dass es jetzt bei dem neuen System ein bisschen anders ist. Muss ich nochmal nachgucken. Aber ihr habt das ja gesehen, Fuel Gravity Feeding. Ne? Wir haben ins QH ja geguckt und da hieß es ja dann auch, ähm, wir sollen, wenn wir nicht da sind, dann sollen wir sinken und so weiter. Wir brauchen das jetzt nicht im Detail nochmal zu besprechen. Ihr könnt euch das ja sonst im Unterricht auch nochmal reinziehen. Dann wisst ihr das nochmal. Also Antwort A wäre hier der richtige, richtige Weg. Bei den Älteren. Ich weiß nicht, ob es bei dem neuen dann genauso ist. Weil da haben wir ja den center tank. Refueling time at normal pump pressure is, wie lange dauert das? Also for the wing tanks and für alle tanken. Also erstmal, wie lange dauert das für den wing tank und dann, wenn wir alles dann haben wollen. Wie war das? Die Zahlen haben wir auch gesehen. 15 bis 25, 17 und 20, 15, 20, 25 und 35. 17 Minuten und 20 waren es, ne? Also für die Wings brauchen wir ungefähr 17 Minuten und wenn wir alle Tanks jetzt voll haben wollen, ungefähr 20 Minuten. Das ist, ja, das merkt man immer so gar nicht, ne? Weil man hat den Turnaround, man macht seine neue Preparation mit der MCDU, bereitet das Cockpit wieder vor und dann guckt man noch ein bisschen dumm durch die Gegend. Ja und dann sind auch schon die 20 Minuten wieder um, ne? Das geht so schnell. Also Antwort B. After engine shutdown, what are your actions to close the fuel transfer valves? Das ist jetzt auch eine Frage, die wir schon mehrfach besprochen haben. You have to switch the inner tank pumps off. You have to call maintenance to close the valves. Oh, das ist, wenn keine Maintenance da ist. No action is required. The fuel valves will close automatically during the next refueling. Also die Transfer valves, ne? Und was ist da jetzt die richtige Antwort? Haben wir, glaube ich, jetzt schon dreimal besprochen. Na, Antwort C, ne? Wir brauchen noch gar nichts zu machen. Das ist das beim nächsten Tankvorgang schließen die Dinge automatisch. So, letzten drei Fragen. Fuel can be transferred from tank to tank. Only on the ground. In flight, if the fuel crossfeed pushbutton is selected to open. In flight, if the fuel crossfeed pushbutton is selected to open. And center tank mode selector pushbutton is selected to manual. Or fuel, ne, geht gar nicht. Fuel can never be transferred. Es geht ja also wirklich von Tank zu Tank pumpen, ne? Darum geht das. Ist das möglich? Naja, wenn das so möglich wäre während des Fluges, dann hätten wir ja eigentlich auch gar keine Probleme mehr, dass irgendein Tank nicht ausfliegbar ist, wie wir das kennengelernt haben bei dem Center Tank, wenn die Pumpen nicht mehr funktionieren, ne? Jedenfalls bei dem alten System. Dann wäre es ja relativ easy, dann kriegt man das da irgendwie rausgepumpt oder so, ne? Nein, das ist nicht möglich, aber am Boden geht das. Am Boden kann man das machen, ne? Also das haben wir jetzt nicht explizit im Unterricht besprochen, also lernen wir das. Ja, das kann man machen. Da gibt es dann Prozedure für, der Tankwagenfahrer weiß das hoffentlich auch und dann muss man ans Fuel Panel gehen unten und dann kann man das dementsprechend einstellen. Only on the ground. Moment. How has the fuel been transferred from the outer to the inner Tank? Ihr seht, die reiten immer wieder darauf rum. Ich glaube, jetzt wissen wir das. By setting the mode selector pushbutton to manual, the transfer valve has been opened automatically by a lower level sensor in the centering tanks. By setting the mode selector pushbutton to auto, da brauche ich nichts setzen, weil der immer auf Auto ist, the transfer valve has been opened automatically by the low level sensor in the inner tanks. Naja, gut. Also, da brauchen wir jetzt nicht weiter noch Zeit verlieren. Wir wissen das. Ne? 750 muss der inner Tank ausgeflogen werden auf 750 und dann öffnen diese Transfer valves vom outer inner Tank. Okay. Und letzte Frage. What is the minimum fuel quantity for take-off? Oh. Das haben wir natürlich nicht besprochen, ne? Wollen wir mal raten? Was können wir uns denn da vorstellen, dass die Pumpen auch noch was zu saugen haben, ne? 1.000 Kilo, 12. Oh, das ist eine schwierige Frage, ne? Das ist echt eine gemeine Frage. Naja, wir haben ja zwei Wings. Das wären also dann 750 vielleicht. Das wären 500 Kilo bei 1.000, ne? 500 Kilo. Und das auf so eine riesen Tragfläche, das kann natürlich einen relativ kleinen Füllstand ausmachen. Na gut, ich lass das Rad mal weg. Also es sind genau 1.500 Kilo. Mit anderen Worten 750 dann pro Seite. Und das ist also die mindeste Quantität, die wir auf jeden Fall haben müssen. So, wie war das jetzt? War das sehr schwer für euch, die Beantwortung der Fragen? Also ich denke mal, vom Schwierigkeitsgrad her ging das eigentlich. Denn es gibt also noch ein paar Fragen, die etwas schwieriger sind. Aber das ist auch überhaupt gar nicht die Zielsetzung. Ihr sollt ja nur erkennen, habe ich, sage ich mal, einen großen Teil aus dem Unterricht wirklich noch im Kopf? Habe ich das verstanden oder habe ich das nicht? Und dafür sollte ja eben halt diese Beantwortung der Fragen dienen. Es wird immer Fragen geben, wo man jetzt nicht ganz sicher ist oder so. Man muss das ja wirklich jetzt nicht extremst ausweiten. Es reicht, wenn wir das grob verstanden haben oder für euch reicht es jedenfalls. Und mehr sollte auch damit gar nicht erzielt werden. Und das haben wir heute getan. Und wir kümmern uns nächste Woche dann auch nochmal um die Hydraulik. Vielleicht habt ihr da Zeit, das schon mal rein zu gucken. Aber ich weiß natürlich, diese ganzen Unterrichte sind extremst langwierig. Sie sind schwer zu verstehen. Keine Frage. Und nicht jeder hat Zeit und auch nicht die Lust, dauerhaft jedes Mal immer sich mit Unterricht zu beschäftigen. Aber das ist ja dann jedem selbst überlassen. Denn das Schöne ist ja, Ihr könnt ja letztendlich den Unterricht besuchen, wann ihr das möchtet. Deswegen ja auch diese Unterrichtsvideos. Das macht es für euch ja erheblich einfacher. Dazu kommen wir aber dann nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Happy learnings und bis dann.